Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, was haben wir dann hier schon wieder? Genau, meine Tochter und ich waren spontan bei Action. Wir wollten am Schönefeldcenter bei TK Maxx einmal schauen nach Weihnachtsdeko. Und die hatten da absolut irgendwie nicht wirklich was. Und dann sagt sie spontan, lass uns doch zu Action fahren und einfach mal gucken. Ihre Weihnachtsdeko habe ich jetzt hier nicht, aber natürlich, wenn ich hinfahre, finde ich für mich ja auch meistens was. Und so war es dieses Mal auch und daran wollte ich einmal teilhaben lassen. Besonders schön finde ich die Blöcke, die großen 30x30, also 12x12 Inch Blöcke. Die haben wir aber ganz zum Schluss. Und anfangen möchte ich mit dieser wunderbar duften. Die duftet richtig, richtig, richtig schön. Eine ganz, ganz tolle Duftkerze. Ich finde sie eine sehr, sehr schöne Farbe, also Deko-mäßig so. Gefällt mir richtig gut. Für 1,99. Die werde ich mir dann hier auch ins Büro stellen. Meine Tochter hat sich da auch ein paar mehr von mitgenommen. Also nicht nur die, da gibt es noch andere Sorten. Aber ich finde das zu Weihnachtszeit super schön. Und die riecht wirklich bärig. Also sehr, sehr angenehm. Ja, dann habe ich diesmal Aquarellblock da gesehen und den musste ich wieder mitnehmen. 1,79. Da mag ich eigentlich auch ganz gerne drauf kolorieren, wenn es großflächigere Sachen sind. Weil es ja so ein bisschen Struktur drin hat. Finde ich das zum Watercolor gestalten richtig toll. Für feine Motive zum Kolorieren nutze ich das eigentlich eher weniger. Weil da, wie gesagt, Struktur ist. Aber so kann ich den immer gut gebrauchen. So, dann haben wir hier nochmal wieder ein paar von diesen besonders wunderschönen Stickern. Da kommt die Packung 69 Cent. Und da habe ich mir mitgenommen so ein hellgrünlich, so, mit. Und diese Variante, davon habe ich tatsächlich zweimal mitgenommen. Und blau und so ein bisschen gelblich, sage ich jetzt mal, bräunlich-gelblich. Davon wollte ich eigentlich jetzt endlich mal welche verwenden für die Weihnachtskarten. Obwohl ich schon fast durch bin mit Weihnachtskarten dieses Jahr. An den Stempfeln kam ich natürlich nicht dran vorbei. Und ich habe mir noch einmal so ein Die-Cut mitgenommen. Cutting-Set. Und das kam 2,45 Euro. Und ich finde diese vier Sachen sehr schön. Die hatten da Unmengen an diesen Sets. Auch die anderen Varianten, die es da so gibt. Ich weiß gar nicht, was ist da noch so. Aber das hat mir nichts zugesagt. Und bei 2,45 Euro, ja, ich weiß, es ist nicht viel Geld für Stanzen. Aber ich habe vorhin Action noch ein paar andere Stanzen, die ich dann auch für 2022 auf den Zettel kommen. Mit Vorsätzen und Ziele für das Jahr dann. Und da kommt unter anderem auch drauf, dass ich die Action-Stanzen viel verwenden möchte. Und das werde ich euch dann in den Videos dann nächstes Jahr zeigen. Und da kommt mir dieses hier ganz gelegen. Das passt. Damit kann ich richtig viel anfangen. Und auch im Art-Gentering. Wir schauen mal, was wir damit machen werden. Also die angekündigten Stänze. Da gibt es nochmal diese Packung. Und irgendwann habe ich es raufgeschrieben. 59 Cent eine Packung. Hier haben wir verschiedene Buchstaben und Zahlen, was ich super schön finde. Da haben wir auch noch einen Banner. Das ist auch wunderbar für Art-Journal. Dann haben wir dieses Set. Ich glaube, das hatte ich euch schon mal gezeigt. Genau, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal mitgenommen. Und das Set ist auch dabei. Ich habe im Moment einen absoluten Faible für Stänzel. Wir hatten Black Friday, habe ich Werbung bekommen von Memories for You. Und da hat sie ihre eigene Hausmarke. Ich glaube, mit 30% günstiger. Für zwei Tage ist das, glaube ich, das Angebot. Und da habe ich mir auch ein paar Stänzel nochmal besorgt. Also die habe ich im Moment total gerne. Ich weiß aber auch, dass ich sie für nächstes Jahr für die ganzen Projekte brauche. Da wird es einige Sachen geben, was Art-Journal angeht. Und ich liebe Stänzel. Warum auch immer. Aber ich finde die einfach toll. Gut, dann haben wir hier noch diese Sets. Den Creative Paper Collection. Ich weiß gar nicht, ob ich das Set schon hatte. Ich habe alle einmal, die da waren, von jedem einen mitgenommen. Ich weiß, das grüne hier, das habe ich noch nicht gehabt. Ob ich das rote schon habe, weiß ich gar nicht. Das ist auch Maßschrote für nächstes Jahr, diese Sachen auch alle zu verwenden. Hier haben wir schon wieder so wunderbare Sticker da drauf. Die kann ich auch wunderbar verwenden. Das ist ein Band und so eine kleine passende Verpackung. Und hier, ihr kennt dieses Set sehr bestimmt. Auch das wird verwendet. Ja, nicht nur um erholen, sondern auch wirklich benutzen. Und hier haben wir dünnes Papier, was ich sehr schön finde für Junk-Journal-Varianten. Und da freue ich mich drauf, das dann zu verwenden. Ja, genau. Das ist dieses Set. Dann haben wir das grüne. Das sieht eher so aus wie Efeu-Geschichte. Efeu sage ich schon. Das heißt mal schnell, Eukalyptus. Und bis jetzt bin ich nicht zugekommen. Die Weihnachtszeit, also sprich die Weihnachtskarten. Dann den Adventskalender, wo ich noch bei bin, den ich ja im Dezember gerne starten möchte auf meinem YouTube-Kanal. Für jeden Tag eine kreative Idee. Oder besser gesagt, da gibt es vier Kategorien. Und guck mal, wie schön das ist. Das ist super schön. Das gefällt mir richtig. Herrlich. Mag ich unheimlich gerne diese Variante. Das kann ich auch ganz wunderbar für mein Bullet Junk-Journal. Ab 2022 mache ich einen ganz normalen Kalender. Den ich bei Petra gekauft habe. Gibt es aber auch Videos und Anleitungen. Und da werdet ihr einmal im Monat, nee einmal die Woche, dann auch sehen, wie ich das gestalte. Und dazu druge ich das auch kleiner aus. Und dann brauche ich Designerpapier im Hintergrund, das ist super schön dünn, um dann das Bullet Junk-Journal zu gestalten. Und dazu bietet sich dieses hier einfach absolut an, auch mit den Karten, die man damit reinbauen kann. Wunderschön, wunder, wunderschön, da freue ich mich drauf. Und da wisst ihr schon, was auf euch zukommt nächstes Jahr. Ja, ich hatte das im Oktober, September, Oktober ein bisschen ausprobiert und habe es als gut befunden. Und da werden alte, wie heißen die, Buchkalender von 2021, die ich mal bei Teddy gekauft habe, für 10 Cent. Die werden dann dafür mit Stoff und Hass mit allem, was da ist, werde ich diese Bullet Junk-Jungle dann führen, für die Monate dann immer. So, und guckt euch das mal an, hier ist auch noch ein Kalender dabei. Wie wunderschön, das ist echt traumhaft, das Set hier. Und mehrmals da, und auch hier die Sticker und eine kleine Tüte, hervorragend. So. Ich glaube, das Party-Set, das habe ich auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ihr wisst ja alles, was mit Galaxy zu tun hat. Astrologie, Sterne, kann ich nicht widerstehen, habe ich also nochmal einmal mitgenommen. 1,90€ hatte ich schon gesagt, eins von diesen Sets kostet 1,90€ jeweils. Ja gut, so, und dann wollen wir mal schauen. Blättern wir das auch einmal durch. Party. Auch schönes Papier. Ja, und ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt. Beim letzten Rollen habe ich mir das schon mal mitgenommen. Aber auch da, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man dann Geburtstag hat in dem Monat, kann man das als Thema natürlich auch nehmen. Sehr, sehr schön. Hier. Und den hatten wir ja schon einmal ausgepackt. Aber wenn wir schon dabei sind, machen wir das mit dem hier auch noch. Ah ja. Davon hatten sie einen da, deswegen habe ich auch diesen einen da mitgenommen. Und Hintergründe wissen wir ja auch, wie viel mit Distress Oxide das hinbekommen. Also kann man das Papier auch genanlos verwenden. Hier sind dann die Karten. Wunderschön. Ach, da freue ich mich drauf, das zu benutzen, zu verwenden und damit Sachen gestalten. Und hier hinten haben wir auch noch einige Seiten. So. Das waren die Sets. Dann habe ich mir nochmal wieder Sticker mitgenommen. Auch die habe ich schon verwendet. Also nicht die jetzt genau, sondern ich habe mir ja schon von Action über das Jahr welche gekauft. Die kosten 94 Cent. Das ist ein doppelter Bogen. Ich zeige euch das nochmal ein bisschen genauer. Wieder rückwärts. Und damit wird dann auch dieses Bullet Junk Journal im Buchkalender, damit werde ich dann dekorieren, wenn das dann auch von den Farben her passt. Genau. Und den richtigen Kalender, den mache ich dann mit den süßen, also cute, niedlichen Stempel-Sets, die ich da also so habe. Die werden dafür verwendet und sowas dann im Bullet Junk Journal. Ich glaube, den habe ich gerade gezeigt. Genau, den habe ich zwar mitgenommen. Und den hier nochmal. Und auch da, wenn man Sticker sieht, die einem gut gefallen, dann kann man das auch gut selber machen. Und vielleicht kriegt man da auch ein bisschen Anregung. So. Jetzt kommt das Papier, was ich euch angekündigt habe. 1,90 Euro jeweils. Das sind vier verschiedene. Und die blätter ich auch nochmal kurz durch. Und durch meine Kamera-Halterung muss ich das immer ein bisschen schräg machen. Geht das so? Wir machen das so. Und ich habe von letztem Jahr noch, da habe ich auch immer nur einen Block mitgenommen. Und da habe ich auch schon für eine Besonderheit gestaltet, gebastelt mit. Aber die bringen ja jedes Jahr neue Sachen raus. Das ist immer so schön. Und das zum Beispiel würde ich jetzt gar nicht als Bogen verwenden, sondern ich würde das einzeln da ausschneiden. Und dann hat man so Dye-Cuts, kann man daraus da machen. Aber wunderschönes Papier. Und so stimmig wieder. Herrlich. Als ich beim letzten Mal da war, hatten sie diese Blöcke noch nicht. Für den Adventskalender, ne. 25 müssen wir ja nicht nehmen. Aber 24 ist cool. Das ist doch eine schöne Variante. So, und dann haben wir den. Der hat mich auch gleich so angesprochen. Das ist wunderschön. Auch mit diesem Gold. Center Claus is coming to town. Dann wollen wir mal gucken, was der mitbringt. So ein Holzpapier kann man immer gut gebrauchen. Hier sind die Sterne auch so beglitzert. Und hier ist Glitzerbein. Das ist super schön. Auch schön. Herrlich, oder? Name, Name, Name. Haben wir acht Kärtchen. Oh, da kann man sich halt aufschreiben. To start. Achso, das ist ein Dinner. Das sind so viele Einladungskarten. Das machen wir nicht. Bei uns gibt es jedes Jahr Raglett. Da freuen wir uns drauf. Auf das ganze Jahr über. Das wird ein Raglett essen. Sehr schön. Toll, oder? Super ansprechendes Papier. Diese Karten sind ein Traum. Und dieses Hintergrundpapier. Wunder, wunderschön. Und das mag ich auch. So kleine Kärtchen. Bis 31 sogar. Also Christmas, Adventskalender. Bis 31. Okay. Mein Adventskalender geht bis zum 23. Am 24. Gibt es da nochmal ein besonderes Video. Mal gucken. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Wie ich mir das vorstelle. Schick, ne? Wunderschön. Und auch mit diesem Gold drumherum. Und hier so ein bisschen Platz. Das sind... This Present is for. Das Geschenk ist für. Das sind so Geschenkanhänger. Wunderschön. Den habe ich als erstes in der Hand gehabt. Und dann den. Und dann habe ich die beiden noch mitgenommen. Den schauen wir uns auch immer durch. Das ist wieder so ein grünlicher. So ein besonders grün. Also so ein... Nicht dieses knallgrün. Aber mit dem Glitzer. Das ist auch kein nur Gehäusglitzer. Sondern so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Creme-farmt. Und da bin ich auch sehr begeistert von. Superschön. Und auch immer mal schlichteres Papier dabei. Und auch hier würde ich die als Dye-Cuts verwenden. Hier ist wieder schlicht. Genau so das. Das auch. Wow. Traumhaft schön. Wunderschön. Ich kann mich gar nicht andauernd wiederholen. Das Papier kann man auch für den Hintergrund für Karten toll machen. Nehmen. Hier ist wieder Adventskalender von 1 bis 25. Das 24 reicht uns ja. Ach, da habe ich dann erst mal wieder... Ich darf es nur nicht vergessen, dass ich die Zahlen da drin habe. Geht mir manchmal so. Und jetzt kommt der, worüber ich mich am meisten freue. Ich habe nämlich die Jahre über mal auf anderen YouTube-Kanälen gesehen, dass man Christmas nicht in klassisch rot, grün, blau, hellblau und so machen kann. Sondern dass es auch rosa, gold, schwarz, weiß geht. Und da ist jetzt ein passender Block. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Nächstes Jahr gibt es dann in diesem Form so ein... Da werde ich den Block verwenden, für was auch immer. Es ist traumhaft schön. So weiß. Das ist kein tiefes schwarz, sondern so ein dunkelgrau mit dem rosa dabei. Und das mit den süßen Motiven. Und das, guckt euch das mal an. Das ist so, 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 so wunderschön. Ja, das Papier ist auch der Burner. Auch schön. Superschön. Auch wieder für ein Adventskalender. Das kann man auch gut für Karten verwenden. Das ist mega schön, weil das kann man auch für ganz viel verwenden. Und das finde ich super, super niedlich. Guck mal, das Motiv hier. Herrlich. Schöne Karten. Toller Block. Achso, das ist das letzte Papier in dem Block. Also der erste. Genau, das ist es. Ja. Und damit haben wir eigentlich schon den ganzen Hohel durch. Und ich sage, war ja auch immer ein kleiner, war ja auch nicht geplant. Und ich habe ja letztes Mal auch schon so viel mitgenommen. Und ich sage erstmal herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ja, wünschen euch eine schöne Vorwarnachtszeit. Ist es noch nicht. Haltet noch durch. Der November ist bald geschafft. Und dann geht es in die vollen, in die Weihnachtszeit. Mal schauen, was Corona mit uns noch vorhat. Oder besser gesagt, die Regierung, wenn wir denn eine haben. Ja, wie sich das alles noch gestaltet. Aber das Gute ist ja, zu Hause kreativ sein, stecken wir niemanden mit an. Und wenn wir das auf YouTube, auf Insta oder Facebook teilen und uns austauschen, kann uns auch keiner was. Also genießen wir die Zeit. Werden wir dann die Zeit finden dafür. Macht's gut, ihr Lieben. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.